Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge! Heute so ein bisschen Spy-Party-mäßig. Bram ist derjenige, der uns töten soll. Wir haben uns umgezogen, verändert. Bram muss uns töten und wir haben als Spione Aufträge auf dem Pier zu erledigen. Und zwar schaue durch ein Fernrohr, springe ins Meer, tu so als ob du einen Hotdog bestellst und zettel eine Schlägerei an. In der Zeit läuft Bram hier über diesen Pier, versucht herauszufinden, wer wir sind und muss uns töten. Äh, ne, töten nicht so wirklich, aber er muss auf uns zeigen und sagen, du bist es. Weil sonst alle NPCs wegrennen, das ist dann doof. Mit B zeigst du, Bram. Ja, das weiß ich. Okay. Dann, ähm, komm mal in unsere Richtung. 30 Sekunden oder so, bis ich da bin. Ja, ist cool. Gönnung. Die Mittagssonne ballert schon ganz schön, muss ich sagen. Wo seid ihr? Ne, noch bin ich nicht da, alles gut. Ah, guck mal, da ist der Pier. Ich würde auch sagen, die ganzen Aufgaben zählen erst ab dem Moment, wo Bram sagt, so, ich bin jetzt da. Wieso? Ich habe gerade alle drei fertig gemacht, Peter. Ich fahre jetzt auf die Brücke vom Del Piero Pier. Seht ihr mich auch schon? Wieso geht eigentlich der Freefall Tower nicht? Das finde ich ein bisschen schade. Das ist ja geil. Und jetzt steige ich ab und, äh... Der klappen würde. Aloha. So, ihr Biester. Wo seid ihr? Hat der mich gerade Biest genannt? Ja, weiß ich auch nicht. Guck, was das soll. Aha, hier laufen Leute. Wo seid ihr, Schnuppis? Wo ist das ein Tattoo? Ja, ich glaube, das ist ein Tattoo. Ah, ja. Pleasure. Hier ist doch ein Stück. Ram läuft gerade ganz über den Pier. Einmal bis zum Ende? Der ist jetzt quasi bis beim... Nee, der ist, glaube ich, Richtung Achterbahn abgebogen oder so. Das muss doch irgendeiner sein, der geiler Aufgaben macht, oder? Hello there. Moment, das hat er gerade auch gesagt bei mir. Stehst du hier? Oh, scheiße. Das ist das Problem. Bist du der da? Bist du die? Hey, du. I've been no new flat 2. Okay, der? Loll, Alter, da sind zwei Leute mit dem Handy unterwegs und machen Selfies. Ich bin ein Spion. Wo seid ihr? Was ist mit dir? Du auch nicht. Scheiße. Was hast du denn für ein Styler, Alter? Puh. Ist hier, wo Bram gerade ist? Nein. Toni, nicht mich anrufen. Hier steht einer gerade und guckt durch den Ferngras. Toni, Montana. Bist du echt? Willst du es riskieren? Nein, nein, noch nicht. Wir gehen erst mal weiter. Mal gucken, ob der da gleich immer noch steht. Ich habe gemerkt, wie der aussieht. Aha, jetzt hat er aufgehört. Genau, wie ich mitgelaufen bin. Aha, jetzt läuft er einfach noch. Hey, Baby, klopf, klopf. Wer ist da? Aha. Sex. Sex mit wem? Sex mit mir! Boom! Oh, ja. Okay. Na, den merke ich mir einfach mal, den roten da vorne. Was sehen die Leute ab? Der gute Rode da vorne. Ja, aber so ein Rode heißt das. Was heißt denn das? Redhead? Nee, nicht Redhead. Der hat einfach ein rotes T-Shirt an. Ach so. Ja, okay. So viele Leute haben nicht ein rotes T-Shirt hier an. Okay. Wie viele Leute hier durch ein fucking Fernglas gucken, weißt du? Ich dachte, das ist okay. Ja, das ist halt ziemlich viel, ne? Ja, vor allem, also wenn du mal überlegst, wie viele Leute da durchgucken, das kostet nur einen Dollar. Dann machen die ganze Kohle mit. Ja. Ich kann ja zumindest sagen, dass ich schon mal durchs Fernglas geguckt habe, Bram. Ja, hab ich auch. Das heißt, die Aufgabe hab ich schon geschafft. Ja, ich krieg euch schon. Hey, dann. So. Ich hab bisher noch nicht viele Aufgaben geschafft. Ich hab wieder eine. Ja, okay, dann ist auch noch nicht so viel. Ja. Das quietscht voll, das Fernglas, wenn man da durchguckt. Das ist ja voll strange. Fuck you, Junge. Jetzt wieder umdrehen. Das hat voll krass gequietscht, Junge. So richtig so. Gerade in der Sekunde, als ich das gesagt habe. So. Der Pinkel hat den Steg runter. Da pinkelt einer den Steg runter. Sitzen die, wo die hier angeln eigentlich? Sitzen da im Singleplayer so Pelikane? Gibt's die? Pelikane? Oh, meins im Singleplayer. Oh, hier fliegt aber auch einiges rum. Das ist schon sehr nice. Das könnte natürlich auch Dreck sein. Ja, Fische, hab ich Fische gesagt? Ich meine Vögel. Fliege nur Fische wieder. Gibt's ja wirklich? Gibt's ja? Ja, nee, ist schon richtig. Ist schon korrekt. Bist du ein Dude, Alter. Ich hab unsere Aufgaben vergessen, ehrlich gesagt. Was sollt man da mal machen? Du sollst durch den Fernrausch schauen, ins Meer springen, einen Hotdog bestellen oder so tun, als wenn du einen Hotdog bestellst. Und eine Schlägerei anzetteln. Als wenn... Das kann doch gar nicht sein. Was kann der nicht sein? Alter, der Typ läuft... Der Typ läuft so... Das ist doch kein NPC-Laufweg, den der hier nimmt. Oder werde ich jetzt einfach nur paranoid. Vielleicht wärst du paranoid. Ich weiß es nicht. Bruder, ganz ehrlich, ich würde sagen, die beiden, die... Also, die call ich jetzt nicht, aber die beiden sind hier super suspicious, Alter. Als wenn jetzt die ganze Zeit nebeneinander herlauft. Das kann... Okay. Den Dude hier. Du. Du bist niemand, wa? Das hittert gar nicht. Ich bin's nicht. Kannst du mir den Finger mal ins Gesicht stecken? Ja, ich steck dir den fast ins Gesicht. Achso. Nee, dann nicht. Da läuft jetzt zwei, dreimal um dieses Gebäude einfach nur rum. Was ist denn das für ein komischer Weg gewesen, ey? Scheiße. Hab ich eigentlich Leben? Drei Leben oder so? Ja, ja. Ja, ja. Alter. Was denn das richtige Leben ist? Ich muss mir hier meinen Hot-Tog einfach selber machen. Ja. Hab ich auch das Gefühl. Ganz schöne Penner, alle. Man wird halt nicht echt bedient, weil die Hot-Tog-Stände fast alle leer sind. Ja, 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 genau. Hier war mal einer, als wir angefangen haben, aber da waren wir dann noch zu risky, jetzt hier so ein Hot-Tog zu machen. Deswegen brauchen wir dann noch ein Brötchen und Ruas. Ruas. Senf, Ketchup und Zwiebel. Alter, ich hab gerade eine Frau so weit vorne umgenommen. Alter, mit Sprungangriff voll in die Presse. Kram rennt gerade unter der Achterbahn rum. Jetzt ist er stehen geblieben. Jetzt ist er am Hot-Tog-Stand. An einem der tausend Hot-Tog-Stände. Ah, am Freefall Tower. Äh, ich weiß nicht, wo der Freefall Tower gerade ist. Ach, da. Eine Pizza kostet 1,99. Muss für eine Schlägerei die andere Partei auch zu unschlagen, eigentlich. Nee, du bezahlst in den Staaten ja immer nur für so einen scheiß Slice. Keine Ahnung, das ist eine gute Frage, Peter. Weil die Frau hat sich nicht gewehrt, die hat sich einfach von mir kaputt haben lassen. Okay, zweiter Call. Du, bisit. Ich bin das nicht. Ich bin das nicht. Du. Schlägerei hat sie denn. Jawohl. Ich habe zu lange zum Hot-Tog-Machen gebraucht. So, wo sind denn Himpelchen und Pimpelchen? Gibt es hier überhaupt Hot-Tog-Stände, wo auch Leute wirklich arbeiten? Ja, ganz am Anfang mittags stand da halt einer. Ja, dann wirst du ja jetzt die Nacht überleben, Peter. Oh, das wird ja hart. Ich war doch nicht beim Hot-Tog-Stand. Ja, noch nicht. Da stehen gerade zwei Leute an dem Hot-Tog-Stand. War die das? Oh. Shit. Ich hoffe, wir können die Gespräche, die wir den letzten Tag hatten, über meinen Hot-Tog-Stand. Äh, äh, äh. No, da rannte da gerade einer. Oh, oh. Oh, jetzt schnell. Hey, dude, was geht's? Hey, girlfriend. Wow. Oh, shit. Jetzt. Oh, fuck. Ich hab jemanden getötet. Darf ich Läste anrufen? Ja, darfst du. Warte, ich muss tatsächlich rauszummen. Tut mir leid, aber... Alter, ist das jetzt eine Gang-Schlägerei, oder was? Da ist... Ampere ist jetzt eine Gang. Verteidigungsmaßnahmen. Das ist ja richtig scheiße jetzt. Scheiße, ey. Der auch nicht. Kann man die Hautfarbe ändern? Von... Von deinem Charakter? Ja. Ja, das kannst du. Kann man? Kann doch sein. Ja, klar. Darf achten. Na klar, okay. Ich hatte nicht von Anfang an die Hautfarbe, die ich jetzt habe. Also, mein Charakter meine ich. Ah, ja. Leul, wie die Achterbeine am Umsausen ist. Da sitzt ja gar keiner drin. Du! Keine Ahnung, ey, Bram, so wie ich das hier bin, bist du da falsch. Scheiße. Alter, du bist... Was ist da falsch, ey? Blablabla. Verpiss dich, Alter. Hat das nicht wieder den Falschen rausgesucht? Loser. Wie, Loser? Alter, willst du einen Paufs im Maul haben? Also, wenn ich das richtig sehe, sehe ich nichts. Weißt du, wo Bram ist, Peter? Ja, ja, aber Peter vielleicht. Ja, ich glaube, der ist... Ich muss sagen, Achterbahnfahren hat schon Spaß gemacht, ne? Obwohl das nicht die Aufgabe war, habe ich mir die mal gegönnt. Na, Achterbahn. Jawohl. Ich glaube, wer hat sich an einer Hand verraten können, sei denn du gerade neben den Befehlern in den Hotdog-Stand gehen wolltest. Und hast dann aber, nachdem du gesehen hast, dass ich da mit dem einen Typ fast eine Schlägerei angezettelt habe. Nobody is going to know. Nobody is going to know. Ich habe nur noch einen Guess. Du wirst da jetzt nicht einfach runterspringen, oder? Ich dachte gerade, Alter, du saugespringst, jetzt fahren meine Augen vor dem Pier. Das wäre gewesen. Wo ist denn der denn, der Bram? Ich muss nochmal ganz kurz hier... Das kann doch kein NPC sein. Guck mal, wie schnell der auch läuft. Ich muss immer nebenbei sprinten, um dem hinterher zu kommen. Der läuft fast schnell. Ey, laufen aber ganz viele super schnell. Ich sehe gerade auch eine Frau, die da super fix läuft. Die haben halt eilig, die Leute. Ja. Ist halt Feierhaben, ne? Vorhin die beiden Dudes sind auch die ganze Zeit um dieses Fickgebäude hier rumgelaufen. Ich glaube, das ist ein Baba Gump eigentlich, oder? Nee. Nee, Quatsch. Das ist immer was anders. Oh Mann, Alter. Ja, komm, ich rede noch eine Runde hinterher. Ist okay. Wo ist der Bram denn? Also ich weiß, wo er ist. Ja, der sagt doch. Warum sagst du mir das nicht? Quasi am Ende des Peers, sag ich jetzt mal. Ach, am Ende des Peers. Ja, okay, da bin ich ja gar nicht. Ja, aber Pilla, bist du denn da auch gar nicht? Doch. Ey, wie krass die Achterbahn jetzt leuchtet. Jetzt hat er gerade mit jemandem geredet. Scheiße. Man selbst macht nie ein Geräusch, wa? Fuck. Die Leute sind so verwirrt hier manchmal. Der Typ auch, weißt du. Alter, kannst du jetzt auch hören, hin und her zu laufen? Was ist der Bram denn? Ich finde es ganz gut, dass in dem Ganggebiet hier noch keiner rumgeballert hat. Das ist echt praktisch. Kann doch nicht sein. Bram hat jetzt halt richtig Schiss, dass er nochmal falsch gäst. Ja, hab ich ja auch. Das heißt, du kannst noch einmal falsch gästen, ne? Und danach musst du richtig sein, oder? Das Problem ist gerade, müsste der nicht eigentlich fünf haben? Weil ich meine, wir sind drei Leute, der hat drei Gäste. Das heißt, der kann keinen einzigen falsch machen, oder? Nein, wenn er einen falschen Gäste macht, äh, wenn er einen richtigen Gäste macht, gibt's ja keinen Abzug. Ah, ja, drei Leben. Okay. Also dreimal darf er falsch gästen. Beim vierten Mal ist er halt der Loser. Wie lauf ich denn? Der Mann, er läuft so nicht. Kann man den Gang ändern? Das hab ich, ja klar, mit Shift. Ja, du kannst, ähm, du kannst mit M, kannst du deine Gangart festlegen. Als ob. Erstmal testen. Peter, Peter, wusstest du das? Ja. Als ob? Hast du das gemacht? Ja. Bist du der Dynamo? So, wo lang läufst du, Sau, jetzt? Ich find das so geil. Ich halt dich auch nicht auf. Ich stell mich für den Weg nicht. Ich muss sagen, ich bin zwar als erster gefunden worden, aber Map gucken macht schon Spaß. Nein, du läufst genau, nein, du läufst langsamer als ich. Kann man langsamer, doch du kannst mit dem Controller dann einfach nicht so schnell laufen, wa? Nein, du kannst es einfach so machen. Scheiße! Okay, ich merk mir einfach dein Outfit. Du hast diese komische Jacke an und hinten das gelbe T-Shirt, was er durchgeguckt, äh, vorne, okay. Leute, da rennt einer am Pier richtig heftig. Jetzt seh ich dann auch endlich, ich hab's. Ja, Bram geht jetzt weg vom Ende des Piers. Das ist ganz angenehm. Bram kommt zurück. Das ist jetzt natürlich belastet. Bram kommt zurück, jetzt seh ich den auch. Oh nein! Ist es Wahrheit oder nicht Wirklichkeit? Das ist doch alles... X-Faktor, richtig. Okay, Peter, du bist jetzt aber nicht schwarz, oder? Hey, what's up? Gott, Alter, das ist ja komplett doof hier. Also, ich sag mal so, ja. Ich bin schon bestimmt seit 150 Folgen, ist meine Figur schwarz. Ach, echt? Ja. Seit 100... Seitdem wir Challenges machen, ungefähr. Nice. Ich dachte, du bist immer weiß, hast du einen schwarzen Anzug oder so. Nein! Na, Lester, geh mir nicht auf den Sack. Das ist nicht unbedingt so. Hm. Okay, der auch nicht, oder? Jawohl, mein Gott. Also, Bram kann man auf der Map ganz gut erkennen, dass der Totenkopf, der die ganze Zeit verwirrt hin- und herläuft. Kann natürlich sein, dass ich das für die heutige Challenge wieder geändert habe. Kann natürlich sein. Das Problem ist, dass ich erstmal meine Idee so, ja, ich stelle mich hier ans Ende von einem Pier und warte hier einfach, bis einer mir vorbeiläuft. Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn, so viele Leute, die mich schon an mir vorbeigelaufen sind. Aber es ist krass, dass es trotzdem, trotz Dunkelheit, immer noch hier so viele Leute sind. Das ist voll gut. Hm. Du läufst doch nicht, du musst doch deine Aufgabe machen. Du läufst doch jetzt nicht das sechste Mal einfach nur um dieses Fick-Gebäude rum. Oder läufst du nur das sechste Mal um dieses Fick-Gebäude rum, um auf die Eier zu gehen. Ja, wir müssen ein bisschen Zeit tot schlagen, weil wir keine Hot-Jocks kaufen können. Ich hab keine... Die Challenge kann ich in der Nacht nicht machen. Äh, Dito. Aber ihr habt die Schlägerei auch noch nicht angezettelt. Ja gut, theoretisch habe ich zwei Leute totgeschlagen. Ich weiß nicht, ob das als Schlägerei geht. Ja, ist beide Male geworden. Ich glaube schon, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Guck mal, da ist einer mit einem roten T-Shirt. Ah. Okay, der Dude hier ist auf jeden Fall hardcore suspicious. Hardcore suspicious. Also, ich weiß nicht, wie oft du da schon rumgelaufen bist, Bram. Ja, aber der Dude hier, der kann doch nicht die ganze... Ich meine, das ist ein NPC, ja? Aber der ist der Einzige, der... Der und der hier, die ziehen sich nicht um. Und alle anderen sehen immer wieder anders aus. Das ist schon geil. Also, Bram, ich kann dir sagen... Und die nächste Runde... Oh, nee. Du läufst gerade den Pier runter. Ist das korrekt? Ja. Bram? Ah ja, das ist okay. Endlich. Endlich kommt er mir mal vielleicht die Sonnenbrille abkaufen. Oh Gott. Das ist so geil, wie vorhin er ist. Peter, das war absolut crazy. Das war absolut crazy. Absolut crazy. Ich hab gedacht, du schiebst den. Da ist doch ein Toter. Das war nicht ich. Kann doch nicht sein. Moment. Okay. Soll ich nochmal durchs Fernrohr gucken, Bram? Fuck you, Bram. Also, ich hab mich auf ein Dach gestellt, ne? Da, wo du unterwegs bist, ungefähr. Ganz im Lorden-Vorpier stehe ich auch mal. Immer noch keiner, der mir hier meine Sonnenbrillen abkaufen will. Hey, Girl. Hey, Boy. Wie heißt das so piepen im Ohr? Ah, guck mal, endlich ist er am Freefall Tower. Meine Fresse. Das hat auch lange gedauert. Ich bin auch... Der Bram. Ja, ich bin der Bram. Das ist richtig. Aber ich bin auch hardcore von mir. Komm, stell dich doch mal da in den Hotdog-Stand neben dir. Oder einen der beiden. Damit ich da endlich mal meinen Hotdog kaufen kann, Bram. Ja, geil. Guck mal, geil. Guck mal, da ist ein Fehler. Da ist ein Hotdog-Macher gerade. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dem trusten kann. Und Abfahrt, Achterbahn. Wuhu. In den Kreisel rein. Zettel doch mit in die Schlägerei, Angeli. Wuhu. Geht die Achterbahn ab. Und in den Kreisel rein. Und jetzt geht's ab. Nach unten. Und... Und hinter den Zelten, da ist niemand. Ja, geil. Geil, 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 geil. Und hinter der Achterbahn ist auch niemand. Ja, geil, geil, geil. Du hast nur jetzt nicht angefangen, fucking Zigarette zu haufen. Der Typ ist schon wieder hier mit dem gelben T-Shirt. Ja, komm, Bram. Guck mal zwischen den Kakteen. Vielleicht hab ich mich da drin versteckt. Kann man da rein? In den Kakteen? Nee, in den Kakteen kann man da nicht rein. Achso, du meinst in einen der Häuser. Ja, da steht immer einer drin, ne? Ich wollte mich auch erst schon... Ich wollte da auch erst rein. Hatte überlegt, dich damit zu verarschen. Weiß jetzt nicht, ob ich bei Jay das Hütchenspiel machen würde. Ich glaub, der zieht dich auf. Oh, Bram rennt voll weg von mir. Das ist voll traurig. Naja. Jetzt ist er wieder am Hotdog-Stand. Geil. Boah, ist doch schön. Wunderbar. Der Typ, der die ganze Zeit hier in diesem Scheiß-Gift-Stick steht. Nein. Der bin ich nicht. Ich würde ihn nicht nehmen. Den würde ich nicht nehmen. Die Katze meinetwegen niederschlagen. Das ist mir egal. Am Freefall-Tower. Ja, da, ja. Oh, Riesenrad. Uh. Ich hasse dich so. Versuchen wir da rein zu klettern. Boah, erst einmal weiter die Brille raussuchen. Kann doch nicht wahr sein. Da stehen doch letztendlich nur fünf Leute. Du musst doch an einer von denen sein. Was? Nein. Äh, äh. Noch einer? Gleich geht die Achterbahn wieder los. Endlich. Ist gerade angekommen. Das kannst du nur wissen, wenn du da in dem Umkreis stehst. Weil ansonsten hat dir dein Timer nicht angezeigt. Was? Ach so. Hoch. Erstmal ein bisschen laufen, sagst du. Oh, da sniffelt so einer links neben mir. Boah, ist der eklig. Halt es mich. Du bist das dann nicht, der da gerade wegläuft. Fuck you. Na ja, suche ich mir vielleicht doch lieber meine Sonnenbrille aus. Aber ich kann mich nicht entscheiden dort. Kann mich nicht entscheiden. Wirklich nicht. Du brauchst dich auch nicht dahinter zu verstecken, Brand. Ich seh das. Oh, Achterbahn. Wuhu. Yay. Ich fahre eine Runde Achterbahn. Ich liebe Achterbahn fahren. Das macht so viel Spaß. Ich sehe, wenn du immer noch Achterbahn fährst. Klar, Mann. Und runter geht's. In den Kreisel rein. Wuhu. Okay. Also, wenn du gerade Achterbahn fährst, dann sehe ich dich nicht, weil die ja nicht animiert wird. Ach so. Ah, scheiße. Also musst du labern. Ja, dann sitze ich ja doch gar nicht da drin. Aber jetzt nicht über den Berg. Und wuhu. Richtig geil. Und wieder in den nächsten Kreisel rein. Geil, geil, geil. Fahrt du doch eine Runde Achterbahn fahren. Ja, fahr mal eine Runde Achterbahn, Braben. Dann könntest du mich zu sehen. Dann könntest du mich richtig geil zusehen. Also, ich kann dir sagen, ich habe mich nicht auch richtig irgendwie in einem, keine Ahnung wo, auf dem Zelt versteckt und luge dir dann dazu oder sowas. Ich bin da schon öffentlich unterwegs. Doch, doch. Die Achterbahn fährt hier. Ja, die Achterbahn ist gerade wieder angekommen. Ja, ich weiß. Und dann steige ich jetzt, glaube ich, mal schnell ein. Wenn da mit einer fährt, müsstest du den eigentlich sehen. Du kannst ja nicht einsteigen, ohne dass ich dich sehe. Ich stehe auf der fucking Achterbahn drauf. Ja, ich weiß, dass du auf der Achterbahn stehst. Du fährst selber mit gleich. Pass auf, nicht. Dass das gleich losfährt ohne dich. Okay, du bist der Typ, der da läuft, oder? Du bist der kleine... Oh, Bram, Vorsicht. Oh, du hast dir jetzt gerade fast das Knie kaputt gemacht. Als du da runtergesprungen bist, Bram. Pass auf. Tut dir nicht weh. Ihr lauft doch nicht beide hier rum. Hat Jay sich echt nur so eine scheiß Hose angezogen und sonst nix? Ich habe ein T-Shirt an. Kann ich dir sagen. Und der Dude steht hier immer noch mit einer Ziggy. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Oh, klar. Mal wie lange geht diese scheiß Nacht? Das kann doch nicht wahr sein. Gut, aber auf die Uhr. Wie früh ist es denn? Okay, wir gucken noch mal ganz kurz, ob da... Da rennt der Bram wieder zum Pia. Ich raste aus, ey. Der will noch mal eine Runde ums Restaurant. Alter, fängt euch an. Und da ist er links abgebogen auf dem Pia und läuft hinter das Häuschen. Der versteckt sich bestimmt da gleich, Peter. Pass auf. Ja, nur, dass ich nicht am Ende des Pias bin. Ja, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was der da oben macht. Ja, super. Während Bram und Jay sich die ganze Zeit unterhalten, haben Peter einfach gar nix gesagt. Und dann kommt er wieder zurück ins Job vom Pia. Wunderschön. Und jawohl. Guck mal, da ist, da kommt der Hotdog-Arbeiter ran. Ah, der bleibt doch stehen am Hotdog-Stand. Ach, scheiße. Er hat Bram hat den verschreckt, habe ich genau gesehen. Wir haben gar keinen versteckt. Oh, dieses Piep macht mich kirre. Piep, 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 piep. Okay, du sagst, du könntest auf jeden Fall einer sein. Oh, ich habe jetzt wieder Achterbahn starten. Mann, Mann, Mann. Ich kann mich immer nur einfach nicht entscheiden, was ich kaufen will. Es ist halt einfach unmöglich. Hast du schon irgendwelche Aufgaben gemacht? Ja, ich habe durchs Fernglas geguckt und bin ins Wasser gesprungen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Guck mal, können Sie mir helfen, der Herr? Sie sind gerade an mir vorbeigelaufen. Helfen Sie mir bitte beim Auswählen. Als wenn du schon schwimmen würdest. Na klar. Du bist never ever der Typ, der hier die ganze Zeit einfach vor diesem Fickregal steht. Der Herr, helfen Sie mir. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich habe echt ein Problem mit Entscheidungsfindung. Aber drehen Sie sich mal um. Da ist so eine Frau mit pinkem Oberteil. Die sieht heiß aus, oder? Was sagst du dazu? Gefällt die dir? Ich habe die Peter direkt ein bisschen Gas. Oh, die ist voll besoffen, oder? Die ist gerade gegen die Wand gelaufen. Als ob irgendwer sich als Frau verkleidet hat. Peter, hast du dich als Frau verkleidet? Nein. Wohl krass. Kann nicht. Lol, die gibt es zweimal. Die ist zweimal. Die ist dreimal da. Alter, die Klonkriegerin. Die gibt es dreimal. Die ist unter der Achterbahn. Bram, renn da mal schnell hin. Warte, 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 da kommt wieder der Restaurant an. Nicht zum Pierren, Bram. Du musst doch jetzt den Drillingen zugucken von Ratiofarm. Bram, die Drillinge laufen gerade hier weg. Jetzt kann ich dir, ich kann denen doch nicht folgen. Ich bin gerade einen am suchen. Moment. Ratiofarm ist Drillinge. Ja, Ratiofarm ist Drillinge jetzt. Ist krasser. Wen suchst du, du Bram? Bläh. Dich. Oh, die Sonne geht endlich wieder aus. Weise ich denn aus? Weise ich noch nicht. Kann sein, dass es wieder Tag wird? Ja, ja, endlich. Finally. Also komm, ganz ehrlich. Der Dude hier, der sieht die ganze Zeit gleich. Okay. Ganz ehrlich. Du, Visit. Nee. Nope. Bram, wir sind doch nicht am Pier. Klar seid ihr am Pier. Also, ich bin nicht hinten am Steg. Da hinten, da in dem Restaurant. Da ist Bram auch nicht. Achso. Oh, wo ist der denn? Das ist ja eine Achterbahn. Oh, lol, das ist ja eine Achterbahn. Stimmt, jetzt sehe ich ihn auch gerade. Oh, ich habe die ganze Zeit zum Pier geguckt und habe ihn da gesucht. Jetzt bin ich aber auch weggegangen. Jetzt habe ich aber auch keine Lust mehr, da einzukaufen. Okay, Bram. Also, wir beide haben sehr viel aneinander geschnüffelt, muss ich sagen. Komm mal zum... Moment, ich komme mir entgegen. Ich komme drauf geschissen. Du hast auch ein paar Mal über mich gesprochen, glaube ich. Wie, ich kann nicht stehen bleiben. Ich komme zu dir. Du kannst nicht stehen bleiben. Doch, du bist doch der schwarze Dude. Komm mal zu mir, ja? Perfekt, wer ist denn da gerade stehen geblieben? Oh mein Gott, du fährst nicht wirklich Riesenrad, oder? Ja klar, ich fahre die ganze Zeit Riesenrad, aber da musst du mich ja sehen. Also, pass auf, ich komme jetzt gleich, ich komme jetzt gleich, ich komme jetzt gleich nach unten. Guck mal, da ist Bram. Hallo. Ich sehe dich die ganze Zeit, da dachte ich mir, da wirst du mich hoffentlich auch sehen. Sonst wäre das natürlich jetzt absoluter Oberfail vor mir. Aber jetzt komme ich gleich raus. Jetzt bin ich gleich unten. Hallo. Peter da unterwegs, ich habe echt gedacht, vor allen Dingen, als du noch sagtest, ey Junge, lauf mir nicht die ganze Zeit vom Gesicht rum, dass Peter dich so geschoben hat. So ungefähr waren wir auch so nah aneinander vorbei. Während du da irgendjemand anderen verfolgt hast, habe ich immer versucht, deine Wege zu kreuzen. Ich bin mir auch echt oft entgegengelaufen. Scheiße. Ja, das habe ich auf jeden Fall nicht geschafft. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen lachen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder nächste Woche. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschau.